Frau von Roten, im Interesse des Frauenstimmrechts müssen wir uns von Ihrem Buch distanzieren. Besonders wichtig ist mir der Punkt Haushalt. Haushalt. Mit diesen Arbeiten möchte ich nichts zu tun haben. Sie glauben nicht wirklich, dass Mann und Frau gleich sind. Die Weltgeschichte lehrt uns etwas ganz anderes. Dann wird es Zeit, dass wir am Rad der Geschichte drehen. Ich kann Ihnen nicht sagen, Herr von Roten, wie ich Sie bewundere. Sie erscheinen mir wie ein griechischer Gott, der mich in Staunen und in Bewunderung versetzt. Beim Lesen Ihrer Briefe fühle ich das Blut in mir pulsen, weil sie mir so ein namenloses Glück schenken. Ich vergehe vor Lust. Ich bin das Resultat von 2000 Jahren katholischer Antisexualität. Ich kann nur mit dir zusammenleben, wenn wir vollkommen gleichberechtigt sind. Was willst du, dass ich das hier alles aufgebe? Ich will mehr. Auch sexuell. Lieber Peter, ich werde ein Buch schreiben. Sie sind eine Romantikerin. Ja, aber das ist doch nicht normal. Was soll diese Motion für das Frauenstimmrecht? Die Zeit ist reif, Herr Bundesrat. Sie sind ein Nesbisch-Mutzer. Hier ist das Buch. Es ist für die weibliche Jugend geschrieben, die das Unmögliche will. Das ist etwas ganz Neues. Nicht nur für die Schweiz, sondern für ganz Europa. Peter, bereite dich vor, Zusammenhänge zu erfassen, die du dir nicht vorzustellen vermagst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017